Hier hat der erste Start funktioniert und gleich an die Spitze gesetzt und mit Abstand auch Romero Tafi, Nicolai Founi aus Frankreich auf der zweiten Position. Weiter im bedeutendem Vorsprung Tafi Founi now overtook von Elia Fasolo. Fasolo ganz größer und wir haben Tafi und Fasolo qualified for the next round.